Hi Freunde und herzlich willkommen, wie war Archie Gaming, Flo von dem Start, heute mit einem neuen Video, sonntags kurz weiter zu tun und wir haben heute am Start die 87 plus Basis, Saturns Thunderstruck Icon Player Pick SPC. Sie ist endlich da Freunde, sie ist eine Woche da und heute gehen wir rein in mehrere von den Player Picks. Natürlich wieder am Start die Techie FC vs. Challenge, Draft Token hat sich refresht, Techie Bronze Upgrade hat sich refresht, Techie Silber Upgrade hat sich refresht und neu am Start die Luis Moriel SPC. Außerdem eine neue evolutische Geschichte, wir gucken uns alles rein, gehen in die Ziele, gehen in den Store, gucken uns alles Neues an, was da ist. Ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit, Abfahrt und rein ins Video. Und wenn ihr meine Techie-Arbeit hier auf dem Channel von Schützenwollt freut, nehmt euch gerne kurz eine Sekunde Zeit, Daumen nach oben da lassen. Gerne auch einen Kommentar hinterlassen und nicht vergessen auch die Glocke zu aktivieren, ihr habt es noch nicht getan, holt es also nach auf dem Weg Richtung 60.000 Abonnenten. Und damit starten wir rein, wie immer mit der Techie FC vs. Challenge. Da haben wir das Premium Goldprobe-Pack heute am Start mal wieder und das solltet ihr auf jeden Fall nicht vergessen. Heute sind wir mit der USA-Liga der Frauen hier gegangen, oben dann hier die niederländische Frauenliga noch mit dabei. Also zwei Ligen, fünf seltene und vor allen Dingen wichtig, zehn mindestens Goldspieler. Haben wir in dem Fall ready to go und ja, das auf jeden Fall einmal abhaken, mitnehmen und abholen. Kurz vorweg, heute schon das zweite Video auf dem Channel. Um 14 Uhr ist heute mittags schon online gekommen und zwar in Bezug auf Team of the Year Vorbereitung. Wie packt man es, eben dass man sich die Packs holt, ja, wie und vor allen Dingen wo kann man das Ganze craften und grinden. Alle Informationen diesbezüglich heute hier in dem Mittagvideo checken und nachher abchecken auf der Endcard. Ich packe es hier schon mal auf sie. Ja, und dann hat sich Refresh die Draft-Token-Upgrade-SPC, ist klar, die tägliche Bronze-Upgrade und die tägliche Silber-Upgrade als Spiele-SPC. Und das ist meiner Meinung nach, lasst mich gerne auch mal wissen, zum heutigen SBC-Kontent natürlich allgemein, rein damit in die Kommentare, aber eine geschenkte Profi-Momente-Louis-Muriel-SPC. Die ist eigentlich zwei Wochen am Start und bevor ich euch zeige, wie die Karte an sich aussieht, wir müssen hier nur, und ja, Freunde, nur einen 84er-Graden-Squad abgeben. Ohne Team of the Week, ohne irgendwelche Voraussetzungen, sonst, ich meine, klar, ein Serie A-Spieler muss mit dabei sein und logischerweise elf Spieler. Aber nur 84er-Graden-Squad, sehr, 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 sehr nice. Für zwei Wochen die SBC da und wir bekommen eine 87er-Muriel-Karte als Moments-Karte. Was ich nicht ganz verstehe, ich habe es schon seit Freitag angedeutet, wir haben die Story-Karte in den Zielen, ja, von Stuani. Wir haben jetzt hier eine Moments-SPC, wieso bei der Fire- und Eis-Promo quasi irgendwie inkludiert Moments-SPCs kommen und Story-Karten, das muss ich euch ehrlich sagen, verstehe ich nicht hundertprozentig, aber es ist jetzt so, wie es ist. Müssen wir damit klarkommen, Luis Muriel sieht auf jeden Fall wie folgt aus. Wir haben natürlich, wie wir ihn kennen, vor allen Dingen ordentlich Tempo, ja, vor allen Dingen ordentlich Tempo am Start. Wir haben einen richtig guten Schuss, wie ich finde, und generell für eine so günstige Karte, für das, was wir zurückbekommen, eine richtig gute Karte. 89er-Drippling, alles sehr, sehr ausgeglichen, vieles in den dunkelgrünen Stats und, was ich geil finde, sechs Spielstile haben wir. Angestellter Schuss dabei, entscheidender Pass, wir haben Technik, wir haben Raserei, Flair Plus und Trivella. Not bad, to be honest. Störmittel, Störmer bringt er mit und dann haben wir sogar die Forster, Forster, Hochmittel-Arbeitsraten. Also, ganz ehrlich, Freunde, ich glaube, was das betrifft, ja, in Verhältnismäßigkeit, die stimmt bei dieser SBC auf jeden Fall meiner Meinung nach zu 100%. Und das ist eine SBC, die ihr innerhalb der zwei Wochen einfach so nebenbei mitnimmt. Habt ihr mal ein High-Rated-Duplikat, ja, habt ihr ein bisschen was auf der Transferliste rumliegen an 84er und 83ern, zack, geht da rein. Einfach in die SBC und packt euch den ein. Der wird vielleicht wichtig, irgendwann mal in einem Cup und so weiter und so fort. Und deshalb auf jeden Fall für mich hier eine Empfehlung, Luis Muriel, die SBC nicht schlecht. Kommen wir zu bei den Hauptthema vom heutigen Video und das ist die 7.8 Plus Basis, Centurins oder Thunderstruck Icon Player Pick SBC. Was ich schon mal gut finde, wir haben drei zur Auswahl. Wenn es ganz schlecht läuft, haben wir natürlich nur ein Basis-Icon und dann muss es schon relativ eine gute Basis-Icon sein. Wieso sage ich das? Wir haben eine Woche Zeit, vier Tage Refresh das Ganze, da können wir es theoretisch noch einmal machen. Und es sind, ja, saftige drei Segmente. Wir haben nämlich ein 86er mit Team of the Week, ein 87er und ein 87er mit Team of the Week. Also nicht nur zwei 87er, sondern einer davon sogar mit dem Team of the Week. Sprich, also wir haben zwei Team of the Weeks und dann eben diese drei, meiner Meinung nach, sehr high-rated Squads. Und wenn dann eben, ja, EA eben nicht im Gönner-Modus ist und quasi in Anführungsstrichen low-rated oder low-priced Icons, Basis-Icons vor allen Dingen, natürlich uns dann eben hier anbieten bei dem Player Pick. Uh, das könnte dann sehr, sehr böse werden. Gucken wir uns gleich an, gehen rein in die Icon Player Picks. Das auf jeden Fall schon mal good to know. Und es war eigentlich sehr, sehr offensichtlich, dass das natürlich jetzt nach der Hero-Geschichte, die letzte Woche Sonntag kam, eben jetzt heute kommt. Es ist der Fall, der Player Pick, der Icon Player Pick, also ist da für mich. Stand jetzt, wir gehen gleich rein in ein paar 50-50-Ding, weil, und das kommt dazu, wir haben heute Sonntag, morgen ist Montag. Ich habe es heute Mittag, wie du schon gesagt, in Bezug auf Craften und Grinden. Es ist relativ simpel zu grinden und zu craften. Insofern könnte es für mich eine SPC sein, die man auf jeden Fall craftet, innerhalb dieser nächsten Tage, wo die SPC halt eben da ist. Und wir haben halt im Hinterkopf, morgen ist Montag, Montag ist immer Upgrade Time. Da könnten richtig geile Player Pick Upgrades kommen, Pack Upgrades und so weiter und so fort, wenn wir morgen alles mit 19 Uhr Video besprechen. Aber das könnte für mich dann morgen vor allen Dingen, wir werden morgen immer drüber sprechen, ein Game Changer dann Richtung werden, Richtung Team of the Year. Und was ich auch schon gerade im Livestream gesagt habe bei Twitch, eine Sache, die natürlich auch diskutabel ist, ist, lohnt es sich, diese Coins, weiß ich, Richtung 200, 300k, wird das Ganze wahrscheinlich kosten, je nachdem, eben zu investieren. Auch wenn es untradable Futter ist, was man im Verein hat, lohnt es sich, das Futter dafür zu investieren. Und diese Fragen, glaube ich, stehen, stand jetzt noch eben im Raum. Und dafür will ich heute auch das Video euch bringen, damit wir gleich mal schauen können, was diese Icon-ASBC denn so kann. Gehen wir kurz zu den Zielen, haben wir da was Neues am Start? Die Antwort, erstmal im FC Pro Tab natürlich nicht, morgen geht es da ja wieder los, ihr wisst Bescheid. Seasonal Tab auch nichts Neues, Grundlagenloschauerlich und Meilstein anscheinend auch nichts Neues am Start. Zack, haben wir also schon mal abgehakt. Ja, und dann gehen wir natürlich zu den Evolutions, denn ja, auch da ist mal wieder was Neues am Start. Und da geht eine Frage an euch direkt mal raus. Also erstmal ist es keine For-Free-Geschichte, sondern sie kostet wieder was. Ja, Finisher hatten wir ja gestern. Und jetzt, Freunde, Achtung festhalten, wir haben jetzt am Start für, oh, haben wir es am Start? Mal ausbewahren. Da unten ist es, und zwar in die Mitte ziehen. Ja, also das ist die neue Evolution, ebenfalls 100.000. Und jetzt die Frage an euch, was soll ich machen morgen für ein Video? Morgen Mittag wollte ich ja mit euch reingehen und zwar eigentlich in das Finisher 1 oder 2 Video eben, um uns da anzuschauen, wer sind die besten EO-Card bei Finisher. Was soll ich machen? Cut in Zeit oder Finisher? Ich will eigentlich nicht beide in einem separaten Video, äh, in einem Video machen, sondern eigentlich separieren, wenn das schon, oder eben eben für morgen eins entscheiden. Was wollt ihr lieber sehen? In die Mitte ziehen die neue EO, die jetzt eben heute neu gekommen ist, oder, schreibt mir das gerne in die YouTube-Kommentare, die Finisher-Geschichte 1 oder 2? Also, das Neue, was eben am Start ist, ist in die Mitte ziehen. Achtung, einmal da, und eben genauso wie auch Finisher 100.000 Münzen oder 500 FC-Points. Da heißt es eben, ist dein Flügel-Profi mit zunehmendem Alter langsamer geworden? Kein Problem. Stell den Profi mit einem Schießboost, einem schwachen Fußboost, dem Powerschuss und der Mittelstürmerposition, Punkt, 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 heißt es da. Können wir gleich weiter durchlesen. Probevoraussetzungen jetzt wichtig, Achtung, maximal 85 Gesamtrending, maximal 88 Tempo, maximal 85 Schießen, maximal 87 Dribbling, rechter Flügel-Position und dann haben wir Gesamtposition maximal 3 und Anzeitsspielziele maximal 9. Also merken, in Bezug auf EO und Richtung Team of the Year, EA will dann nochmal ein bisschen was rausbattern, ja. Und wir haben ja gestern unter anderem mit Mahlen bei Finisher, ja, wenn nicht sogar bis jetzt die beste EO-Karte auf jeden Fall, die bis dato am Start ist. Gehen wir die Upgrades durch, Powerschuss, dann haben wir Schuss-Upgrade, Passspiel, Tempo und Physis-Upgrade bei Level 1. Bei Level 2 nochmal schwacher Fuß und vor allen Dingen 4 Schuss, 2 Passspiel, 1 Physis. Und dann haben wir die Mittelstürmerposition plus Schuss plus 2, Physis plus 2, 1 Passspiel und 2 Dribbling als Edition. Ein bisschen was zu zocken gibt es da natürlich dann je nachdem auch. Und in dem Beispiel hier jetzt mit Philippe Andersson, war ja alles schon geleakt, wie gesagt, von der 81 auf die 85 hoch. Und wenn wir jetzt hier auf der Road to Glory mal schauen, haben wir auch wieder Special-Karten, die uns auch gestern schon begegnet sind, wie Kulusewski, wie Sané tatsächlich dann am Start. Ja, und ihr seht, Harvards ist auch wieder mal wieder mit dabei. Wir haben hier die Kelly, die denke ich mal auf jeden Fall auch aufgrund des guten Base-Tempos eine Option ist. Zur 88er-Grade dann mit 90 passend 90 Tempo. Aber wie gesagt, das muss man dann entscheiden, hat man da überhaupt Bock drauf. Kulusewski zum Beispiel, können wir dann hier auch upgraden. Und will man diese 100k überhaupt investieren? Ja, das werden wir vielleicht, wenn ihr Bock habt, wie gesagt, morgen oder dann übermorgen. Also ich habe, wenn dann als Plan sozusagen, morgen eben eins von den beiden Eos als Video zu machen, morgen Mittag und eben den Tag drauf als Mittagvideo, die jeweils andere, die ich morgen eben nicht mache, als Video zu machen. Falls ihr da Bock drauf habt, auf die Eos-Videos zu eben Cut and Side, wie es im Englischen heißt, in die Mitte ziehen und zu Finisher, lasst mich das gerne in den YouTube-Kommentaren. Sehr, sehr gerne wissen. So, raus da und rein in den Store, rein in den Shop. Mal kurz gucken, was wir da am Start haben. Also geht hier irgendwas ab. Die Frage ist, alles klar, hier wieder allgemeine Limits. Vier Packs am Start. 600, 500, ja, auch alles beim Alten. Und Preview-Pack ist auch schon geöffnet. So, jetzt die Frage, wie viel oder was vor allen Dingen, machen wir natürlich jetzt auf an Packs. Ja, und wie viel sparen wir. Also, was ich eigentlich vorhabe, vielleicht sage ich euch das schon mal, was mir so im Hinterkopf ist. Eigentlich am meisten zu griten während des Team of the Year's und nicht zu viel zu griten an Packs bis zum Team of the Year. Denn eigentlich will ich bis zum Team of the Year nach wie vor jede Woche Freitag mit euch in den XXL Pack Opening rein. An der Konsole, ja. Und ich will also nicht zu viele Packs ansparen, sodass ich irgendwann mit euch die Packs an der Web App öffnen muss. Weil, ganz ehrlich, so Bock macht das eben dann nicht. Ja, insofern das kurz dazu. So, wir öffnen jetzt mal hier das ein oder andere Pack. Aber allgemein wollen wir natürlich gleich... Oh, my good Lord. Oh, what? Was ist das denn für ein Pack? Castellanos? Wir haben Kobel als Walkout hier auch noch mit dabei. Wollt ihr mich verarschen? Okay, vielleicht öffnen wir doch gerade mal alle Packs. Äh, was war das denn jetzt? Was war das denn jetzt mit den Franken? Wir skippen jetzt jedes Pack von denen. 83er, Isdar. Heilige Mutter, Theresa. Also, Walkout und Team of the Week nehmen wir auf jeden Fall sehr gerne mit dir, ey. Auch wenn es Trainville war. Sehr sympathisch. Sehr sympathisch. Wir haben auch nichts gegen eine Feuer- und Eiskarte. Den Flair zu sehen. Da haben wir Zapata. Der Rest ab auf die Transferliste. Ja, das ist ja richtig nice. Das ist ja mal richtig nice. Komm, dann öffnen wir die Packs noch. Und gucken, was hinter ist. Spain gleich Payne. Oder Koke. Maybe. Ne, jetzt wird Trabi. Haben wir ein Trainable. Haben wir sogar. Ah, und dann geht die Transferliste. Platz geht schon wieder ein bisschen, wird wieder geringer. 81x2er. Frankreich again. Diesmal. Mbock. 83er. Next one. Wieder tradable. Okay. Jetzt ist die Transferliste tatsächlich schon wieder voll. Machen wir das Premium Gold Probe-Pack auf. Und wieder Frankreich. Wieder Mbock. Oh mein Gott. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ach komm. Machen wir das letzte Pack auch noch auf. Machen wir kurz einen kleinen Discard. In der Hoffnung, dass es Packlack bringt. Und das Jumbo Premium Gold Pack. Last but not least. Wieder Frankreich. Dreimal hintereinander. Ey, wenn das jetzt. Oh mein Gott. Wenn das jetzt wieder Mbock gewesen wäre. Dann wäre ich an dieser Stelle definitiv einmal raus. Tio ist dabei. Habe ich den schon mal gezogen? Ich glaube nicht. Ciao. Oder wie ihr ihn aussprechen wollt. Alright. Nehmen wir das mit. Den Rest kümmere ich mich später drum. Und gehen jetzt einen Step weiter. Und zwar hier zu Footbin. Da haben wir dann auch schon ein paar Kandidaten, die eben da reinpassen in die neue Evo-Geschichte. Und da ist halt eben jetzt die Frage. Hier der SPC-Überblick schon mal. Cut inside oder Finisher? Beides 100k. Zu was soll ich morgen das Video machen? Lasst es mich gerne in den Kommentaren ein. Am besten mit Begründung. Natürlich wissen. Ja. Der SPC-Überblick. Wir refreshen das Ganze noch einmal kurz. Sieht wie folgt aus. Also wir haben den... Oh. Heilige Mutter Teresa. 340.000 Münzen für den Player-Pick. Und Luis Muriel bei 8%. 70k soll er nur kosten. Also den würde ich auf jeden Fall als Muss betiteln. Muriel. Sehr, sehr nice. Und dann den Player-Pick. Das werden wir jetzt gleich herausfinden, Freunde. Lasst uns noch kurz Muriel anschauen mit dem Cavacy-Style. Wie sieht es da aus? Oder lädt der Footbin nicht? So, Freunde. Da hat es geladen. Und ich würde sagen, an dieser Stelle auch jeden Fall einen Hunter drauf. Den haben wir hier am Start. Weil da haben wir die 99 Pace am Start. 98 Euro Antritt. 99 Sprit-Geschwindigkeit. Und wie gesagt. Preis-Leistung stimmt hier absolut. Schade. Oder finde ich eigentlich komisch, dass er nicht noch mehr Daumen nach oben hat, die bei Footbin. Aber ich würde sagen, jetzt gehen wir mal rein. Und zwar in die Icon-Player-Picks und gucken, was bei rumkommt. Let's go. Und rein da. Okay, Freunde. Also hier haben wir auf jeden Fall schon mal eine Liste von den Icon, die es nicht werden können. Pelé unter anderem mit dabei. Da bin ich aber jetzt mal gespannt, was hier der Player-Pick auf dem ersten Account einmal gönnt. Oder halt nicht gönnt. Oh Gott, Freunde. Basis. Centurion. Okay, du hast aber kein Duplicator. Alles Basis. Und da bin ich gerade ein bisschen schockt. Äh, Carlos preislich. Ja, aber der ist ja noch dicke dabei. Der ist ja noch dicke dabei. Also da brauchen wir uns gar keine Sorgen machen. Fast 900k jetzt bei 850.000 Münzen. Aber ich meine, die anderen beiden wären echt überhaupt gar keine Option gewesen. Das heißt, wir haben hier tatsächlich den ersten Win. Trotzdem, muss ich ehrlich sagen, bin ich ein bisschen geschockt, dass wir wirklich jetzt im ersten direkt drei Basisdinger hatten. Aber in dem Fall die Rettung mit Roberto Carlos. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Ah, Freunde. Come on. Der zweite Icon-Player-Pick ist am Start. Und was gönnt er? Bitte, 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 ey. Bitte, macht den Ganon-Modus again an. Und dann geht's auf. Und es wird... Freunde, das sind wieder Base-Icons. Es ist ein reiner Base-Icon-Pick oder was? Was ist hier denn bitte los? Pirlo ist bei 134. Da haben leider keine Centurions um die Ecke gekommen. Zuka brauche ich, glaube ich, gar nichts zu sagen. 66k. Und dann haben wir Tschech. Bei 155k. Der ist bei 155k? Hätte ich auch nicht gedacht. Also, manche sind immer weird vom Preis. Also, Pirlo oder Tschech. Torwart oder die ZM-Karte. Zuka. Und es ist ja auf jeden Fall raus. Definitiv. Also, your choice. Was immer du willst. So, Freunde. Das sind also die zwei Icon-Player-Picks, die am Start sind. Da hat echt Roberto Carlos, muss man ganz klar sagen, definitiv gerettet. Was muss man an dieser Stelle wirklich sagen? Ihr seht aber, wir haben auch schon jetzt die Nominierten. Und zwar für das Team of the Year der Frauen und der Männer. Wir können ja ab morgen das Ganze wählen. Da wird natürlich dann auch ein separates Video hier auf dem Channel sein. Zu meinem Team of the Year. Gehen wir kurz die Nominierten durch, wenn wir da am Start haben. Ihr seht es jetzt hier, dass einmal die Offensive, wer alles mit dabei ist. Von Benzema, Berardi, CR7, Dembele, bis runter, Vinicius Junior. Einige Kandidaten mit dabei. Anders sieht es natürlich im Mittelfeld aus, sondern natürlich auch da einige Kandidaten mit dabei. Ein paar interessante Karten auch wiederum mit dabei. Ja, und deshalb die Frage natürlich. Eigentlich kann man sich noch falsch entscheiden, je nachdem. Mates, Nominis, Defenders. Da sind wir dann bei Dante, der auch mit dabei ist. Unter anderem zum Beispiel Saliba. Und die Frage, die dann immer im Raum steht. Nach was für Kriterien wählt man das Team of the Year? Und eigentlich, wie viel Einfluss hat man mit seiner Wahl auf das Team of the Year? Die Diskussion ist ja Jahr um Jahr dieselbe. Ja, alles von Ederson Kube. Manja, Oblak, Samba, Chesny, Testegen bei den Männern als Torhüter mit dabei. Und dann haben wir die Frauen. Fangen wir da an. Da bei Frohbis von Deutschland mit dabei, witzigerweise. Endler, Iribs, Campbell und von dem Paris FC, Nandosi. Es ist N, wie wird es da ausgesprochen? Nandosi, wahrscheinlich. Die Defender. Da ist natürlich Butcher mit dabei. Bright ist mit dabei. Alright, Kashaoui ist auch mit dabei. Also ich sehe hier schon, Renat ist mit dabei, Rolfo ist mit dabei. Da kann man sich fast schon denken, wie die Frauen Team of the Year aussehen. Mittelfeld, natürlich. Putea ist mit dabei. Gioro ist mit dabei. Oberdorf ist mit dabei. Das wird sehr interessant. Dann haben wir die Offensive. Mal gucken, wer da uns direkt auffällt. Oh, Kundanji mit der Zahnlücke ist dabei. Bei Schüler, wir haben Pop mit dabei. Interessant. Lissomar Hansen ist mit dabei. England, England aus England, auch geil. Dianni ist mit dabei. Also auch da bekannte Gesichter. Ja, Hemp Kelly, die wir auch eben in der E-Bau hatten. Curious mit dabei und so weiter und so fort. Das also die Nominierten. In Bezug aufs Team of the Year. Ihr seht also, morgen geht es da los. Mit nicht nur dem Montag-Upgrade-Monday sozusagen, sondern natürlich auch in Bezug aufs Team of the Year. Mal schauen, ob ich da morgen direkt das erste Video zu mache. Oder ob ich uns erst mal auf den Nordicode-Content konzentriere und dann irgendwann später oder wahrscheinlich den Tag drauf meine Totti-Wahl kommt. Vielleicht noch drei Videos an einem Tag. Wir werden es sehen, Freunde. Schaltet auf jeden Fall ein. Glocke aktivieren, um nichts zu verpassen. Und dann sehen wir uns auch gerne morgen natürlich wieder. Also, insofern bis zum nächsten Mal. Bis morgen Mittag zum E-Bau-Video. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.